Hier ist jetzt erst Riede dran. Ich greife doch voll meine Ente an. Das ist cool. Schmeiß Riede nochmal ein bisschen raus da. Hier sind wir gleich. Ich muss nur mal hin. Pass auf, wer kommt, wer kommt. Oh, hier ist doch mal los. Sehr früh, hier vorne. Jetzt will ich aber auch nicht mit der Hand rausgehen. Nicht rausschieben. Komm mal, lass ich das nicht machen. Vielen Dank. Nimm den Auftrag, ja. Ich weiß es noch. Kampfstellung. Komm. Wir müssen noch weiter raus. Spannende Angeln. Oh. Rrrr. 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 Ich habe dir meine Ente auch nicht. Ich glaube, der so abhängt. Ja, Danks, Wolfrede. Du musst so eine fengestreute Ente haben. Na hin, du. Gerade war die Kleine. Ich bin gerade mal wieder her. Habe, was Böse. Die Entguck war schon kurz vor Dutze. Die Entguck war schon kurz vor Dutze. Die Entguck war schon kurz vor Dutze. Hier. Das ging mal wieder in die Hose. Warum ist meine Kassette denn leer?